Darf ich vorstellen, das ist Herr Kwan. 3,1415926598734216587 Du hast Zukunft auf mein ganzes Leben, auf meinen Körper, auf meine Gesundheit, auf meine Beziehung. Siehst du denn nicht, dass alles besser geworden ist? Ich mache nur noch das, was du mir sagst oder vorschlägst, gar nicht mehr das, was ich eigentlich will. Du weißt mehr über mich als ich. Nur zu deinem Besten. Weil du gesagt hast, dass wir nicht zueinander passen, hat mich meine Frau verlassen. Du passt ja auch nicht zueinander. Lassen Sie mich einfach in Ruhe, ja? Der erste Band der gedruckten Ausgabe A bis Arche für Sie. Natürlich zum Vorzugspreis von 22,50. Können wir denn nicht zusammen sein, ohne dass wir zueinander passen? Das könnt ihr schon, aber dann werdet ihr nicht glücklich. Sagt wer? Die Daten, die Logik. Aber ich bin ein Mensch. Und damit genauso berechenbar wie alles andere auch. Die Daten, die sie nur das sind, also wie es mir ist. Aber ich bin ein Mensch. Das kann man sein. Aber ich bin ein Mensch. Das wäre mir lecker.